Habe ich dir was getan? Dann sag mir, was es war. Ich mag dich einfach nicht mehr. Habt ihr euch gezankt? Habt ihr euch gezankt? Haben wir uns gezankt? Habt ihr euch gezankt? Ich glaube nicht, dass wir uns gezankt haben. Du kannst nicht mal eben eine Freundschaft aufkündigen. Das langweilig, Siobhan. Er war immer schon langweilig. Er hat den Quatsch bloß gemacht, dass du irgendwie mehr zu dir selbst stehst. Wie geht's, Vertanzt? Tanzt mit deinem Hund oder was? Warum bist du hier? Ich wollte bloß die Tür eintreten und dich anscheißen. Warum weigst du dich, mit ihm zu sprechen? Das wäre doch keine Sünde, oder, Hochwürden? Nein, es wäre aber nicht gerade freundlich, oder? Ich habe Folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab. Aber ich... Sei still. Sei jetzt einfach mal still. Ja, ich wäre lieber still. Es geht darum, dass ein Langweiler jemand anderem seine Ruhe lässt. Ein Langweiler, meine Güte. Ihr seid alle langweilig. Lassen wir es doch gut sein. Wir lassen es nicht gut sein. Es geht gerade erst los. Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020